Das war ein sehr alter Track, das war ein sehr alter Track und wir freuen uns glücklich, dass ihr die alten Tracks noch feiert, aber am Schluss dieses Songs sind alle Zeile, die wir oft wiederholen und diese Zeile gehen, als ob nichts gewesen wäre. Und in den letzten Jahrzehnten, würde ich was sagen, hat sich noch der Hip-Hop-Extrem geändert, es sind neue Styles dazu gekommen und einer dieser Styles, ich glaube, der wurde sogar fast hier in dieser Stadt vielleicht sogar erfunden, das ist nämlich der Style des A Cappella-Spittings. Rap-Mode Beat, das habe ich früher auch immer gerne gemacht. Also wenn sie das komisch von mir fragt, fragt ihr ne unser Konto. Den Himmung, ne? Der weiß das. A Cappella, ich hab... Ich bin da super, A Cappella spinnen. Wollte den A Cappella hören? Puh, wow! Okay, passt mal auf. Ich weiß ihn nicht mehr, den A Cappella. Doch, ich weiß ihn nicht mehr. Okay, lass mich freestyle rappen auf ein japanisches Wort, hau zu und pierce wie meine Limpe mit einem Basketball, komm, knebbel mich mit Socken, steck mein Mikro nicht ein und Berlin wird trotzdem noch wissen, wie ich es mein.